Nia ist mehr als Sport. Nia ist ein ganzheitliches Fitnesskonzept, das jeden Aspekt deines Lebens anspricht. Körper, Geist und Seele. Mit Elementen aus Tanz, Kampfkunst und Achtsamkeit trainiert es deinen Körper und stärkt deinen Geist. In Nia sind wir davon überzeugt, dass alle Menschen ihr individuelles Potenzial erkunden und entfalten können und wir ein gesundes, erfülltes Leben führen, wenn wir auf unsere Sinne hören. Das Design des menschlichen Körpers steht bei Nia im Mittelpunkt. Nia ist gleichzeitig achtsam und dynamisch. Nach jeder Stunde fühlst du dich voller Energie, klar und ausgeglichen. In einer Nia-Einheit kombinieren wir 52 einfache Bewegungen mit Tanz, Kampfkunst und Achtsamkeit, um in 60 Minuten das Wohlbefinden von Körper, Geist und Seele zu steigern. Nia ist eine gleichzeitig sanfte und schwungvolle Bewegungsform, wird barfuß praktiziert und kann an individuelle Bedürfnisse angepasst werden. Nia wird von lizenzierten Lehrern und Trainern unterrichtet, weltweit und in verschiedenen Sprachen. Nia heißt dich willkommen. Nia ist ein Micha. Nia ist ein paar Dinge, die wir uns nun in diesen